Am Sonntag gedachte man vielerorts in der Gemeinde Gandakesee den Toten der Kriege. Die zentrale Gedenkfeier fand im Rathaus der Gemeinde statt. Hier sprachen sowohl Bürgermeisterin Alice Gerken als auch Dr. Johann Böhmann. Beide betonten, dass auch heute noch das mahnende Gedenken vonnöten sei. Nach den Traueransprachen zogen Bürger sowie Vertreter verschiedener Vereine zunächst zum Mahnmal. Hier wurden die ersten Kränze niedergelegt. Begleitet wurde die Gedenkfeier vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal wurde ein weiterer Kranz bei den Soldatengräbern auf dem Friedhof niedergelegt.